Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen. Läuft alles? Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Kill Align. Ich habe dich schon gesehen. Oh jetzt! Könnt ihr denn lang? Achter. War das bösartig? Ich hab ein bisschen verarscht, oder? Aber ich brauch doch die Engelchen. Ich muss doch hier Hallo? Hallo? Fuck act. Fuck act. So, ich habe meine Aufgabe fertig. So, ich habe meine Aufgabe. 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 Entschuldige bitte, aber wenn du das so willst, dann kriegst du das auch. Ne? Ich finde das schön. So, jetzt gucken wir mal, wo sind denn hier Generatoren? Dort oben. Na dann los. Komm ich denn da runter? Was ist denn hier noch ein Gin? Hey, da ist aus. Wie haben sie was gemacht? Wir haben da alle Verzerrungen mit. Ah! Ah! Es war mehr oder minder geraten. Warte, hier ist die Treppe. Und hier ist der Haken. Ah! Ah! Und jetzt ziehen sie aber durch. Es ist tatsächlich noch einer. Jetzt auch erst dann. Oh, jetzt haben sie aber auch ganz schön durchgezogen, naja, gut, ist egal. Ich wollte halt meine Idee nicht schaffen, ne? Hallo? Hallo? Ich müsste das mal probieren, außenrum zu gehen. Oben. So. Warte mal, ich muss erst mal hier aus der Tür raus. Da vorne ist ein Haken für dich. Und zack. So, wo haben wir denn jetzt noch? Was ist das? 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 Let's go next! Oh, das wird ein ... Oh, ne, es geht. Oh, das wird hinten am Saft gemacht. Na aber, rote Leggy raus. Schnauze! Schnauze! Raus! Raus, lass sie sterben. Das ist mein Kill. Hm. Höchste, oder? Hup! Ein Schnee, Mann! Ah! Weiters geschafft! Tagesabgabe und Spaltafgabe! Sehr schön! Kein Pippe-Koom. Nee, hier Verzerrung, Verzerrung, Verzerrung. Außer Nia. Alle anderen hatten alle Verzerrung. Ich wusste es. So, auf alle Fälle gibt's von mir einen GG und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Hiller Line. Bis dahin. Ciao!